Morgen wird der beste Tag meines Lebens. Ich bin das Obstlos und ich hab den fettesten Deal ever eingetütet. Nihat, bitte! Ich versteh voll, dass du wütend bist. Das war ne richtige Scheißaktion von mir. Bei mir bricht alles zusammen. Ich hab keine Ahnung, wer meine Eltern sind. Und du behandelst mich wie so ein Idiot, der Bock auf Ahnenforschung hat? Nein, ich bin rangegangen, weil ich dir helfen wollte. Lilly! Du hättest es mir sagen müssen! Und es wäre meine Entscheidung gewesen, wie ich damit umgehe, okay? Ich brauch nen Break. Tobias und Gift. Das ist alles so absurd. Ich dachte immer, Melanie ist wahnsinnig, aber anscheinend hat sie die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Du bist die Einzige, die Zugang zu meiner Wohnung hat. Sag endlich die Wahrheit. Du hast es verdient? Es ist alles kaputt! Alles! Was mit der Lieferung? Ich dachte, wir lieben uns. Ja. Es war ein Unfall. Ja, ich wünschte wirklich, die Medizin wäre schon weiter. Leider ist ein Abgang in den ersten zwölf Wochen nicht ungewöhnlich. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf. Sie sind noch jung! Ich muss los! Und dann geht's! Und dann geht's! Und dann geht's! Und dann geht's! schon die neuen Folgen auf TVNOW von uns anschauen. Viel Spaß! Und dann geht's! Und dann geht's! Und dann geht's! Und dann geht's!